Moin moin liebe Freunde, der Agri zockt mal wieder vor euch auf dem Core-Server, das wunderschöne Cade, Semi und Tower-Defense. Und wir werden jetzt nochmal die Rasse Terraner spielen, eine von den verschiedenen Rassen, die man hier auswählen kann. Bei Terraner sind es anscheinend jetzt hier drei, ich werde mal einfach die erste hier nehmen. Ist halt alles noch nicht hinterlegt, die ganzen Parameter, aber das wird bestimmt auch nochmal irgendwann kommen, hoffe ich auf jeden Fall mal. Aber wenn man es mal ein paar Mal gespielt hat, dann weiß man ja, was, welcher Parameter, welche Rasse ist. Okay, anscheinend spiele ich jetzt Protoss. Und ich werde jetzt erstmal hier diesen dunklen Archon bauen. Den mal direkt upgraden. Und jetzt bauen wir nochmal zwei Sentries dazu. So, und die kann ich auch nochmal upgraden, zu fetten Sentries. Ah, cool, dann wird das gespawnt. Das geht ja mal steil, schön. Sehr schön. Die blinken sich auch die ganze Zeit. Alle drei Schaden? Wie geil ist das denn? Boah, die gehen ja mega steil ab. Schön. Wo ist denn noch da? Ist meine... So, und dann schicken wir doch mal... einen Muta rüber, oder was nehmen wir mal? Nee, schicken wir mal zwei hier von, zwei Boaches mit rüber. Wenn der dann hier Nidup packt. Und jetzt könnte ich theoretisch mir nochmal... Oh, hole ich mir nochmal ein Zielort dazu. Und nochmal... Was haben wir denn hier? Sentry? Nö. Archon 475. Ich denke mal, das spare ich jetzt erstmal drauf. Das sollte jetzt erstmal so reichen für die nächste Welle. Ich glaube, gucken wir mal, ob wir uns sowas schon holen können. Wie ein Archon. In der nächsten Runde. Ach ja, den kann man ja abgönen. Das ist der fette. Cool. Genau, ob das passt. Hoffe ich mal. Okay. Ja, oh, sieht gut aus. Läuft. Komm, haut drauf. Ja, schön. Äh, da war ich, da war ich. So. Wir sind auf drei, vier, fünf. Und senden doch mal einen. Roach mit rüber. Sprich, halte nicht stand. Arjur wird wieder auferstehen. Ja, hoffen wir doch mal, dass der Arjur wieder aufersteht. Oh, da steht ein Bunker. Oh, der packt ja, der Bunker. Ich werde Erlösung finden. Ich halte nicht stand. So, 142. In der Reihe habe ich jetzt gekriegt. Also, 100, bisschen bei 100. Ja, genau 100, glaube ich, sogar. Ich halte doch vorab, 42. Jo, da hast du irgendwas durchbekommen. Angst ist eine Illusion. Kann ich nicht mehr upgraden? Den könnte ich jetzt upgraden. Machen wir auch mal direkt. Weil die Dinger rocken richtig. Ja, der hat eine fette Klinge hier. Der Freund. Sehr nice. Dunkelheit bricht herein. Nächste Runde, nächstes Glück. Und noch wieder ein Wurz. Mit Schicken für die nächste Runde. Alter, Falter. Ach, die spawnen auch wieder drei. Was ist das denn? Jo. Diesmal habe ich es drauf. Ach, das ist doch schön. Diesmal geht es klar, was ich hier mache. Und jetzt werde ich mir erst mal zur Belohnung noch ein WBF zulegen. Das habe ich mir ja mal verdient, ne? Ich werde die Dämonen der Vergangenheit vertreiben. Wir könnten zu uns Sentry holen. Machen wir einfach mal. Man weiß ja nie. Infestoren kommen jetzt, glaube ich. War mir war so, ne? War noch Infestoren, oder? Zerklinge zuerst, ne? Ich glaube zuerst Infestoren. Die sind auch relativ stark. Also deswegen habe ich mir jetzt hier nochmal zum Protektor dazu geholt. Ja, oder sind sie? Ja, Kollegen. Das sieht schlecht für euch aus. Nice. Traumhaft. Direkt doch einen dazu holen. Und dann schicke ich meinen Ghost mit rüber. Unsere Verbündeten werden angegriffen. BBF einsatzbereit. Nö, was denn? Irgendwas ist da draufgegangen. Oh Mann. Boah, da fangen die ja richtig an zu flitzen. So Boost-Biten hier, ne? Ah, cool. Aber und meine Einheiten. Kein Ding. Für die Klopper. Der Klopper. Das war's. Yes. Wir stehen frei. Und ich werde Erlösung finden. Noch ein Berserker oder so dazu, vielleicht. Oh, ist noch mal einer dazu. Mein Leben für Ayur. Ich werde die Dämonen der Vergangenheit. Dann schicken wir gleich nochmal einen Mule mit. Oha, schon Ares dabei. Oh, das geht knapp sogar. Oder doch nicht. Ich glaube, das schaffe ich. Aber echt schon knapp, ne? Doch haben wir es noch nicht geschafft. Der Ares kloppt mich echt gut drauf. Den Ares schaffen wir echt nicht. Krass. Krasser Scheiß. Das macht mich immer wieder ein bisschen traurig, ne? Diese Lümmel. Na, lohnt sich das bei dreien schon? Jo, bei dreien lohnt sich das Upgrade. Machen wir das direkt mal. Und schicken nochmal... Irgendwas schönes mit rüber gleich. Der Ares, der ist, das geht echt steil. 68 habe ich wieder. Ich bin noch mein Dunklen. Und kann mir noch ein paar Protektoren gönnen. Jetzt müssten Roaches kommen. Die Gegner haben auch nicht mehr als drei. Aber ich will ja auf jeden Fall nicht leaken. Der Ares hat sogar schon umgewandelt hier. Kann man ja machen hier für 100-100. Ja, das muss jetzt aber klappen wieder. Boah, das sind halt dann viele. Na, schaffe ich aber. Zack, zack, zack. Oh, 165 habe ich jetzt gekriegt. Und jetzt kann ich mir ein Arschhorn holen. Aha, schön. Und für 50 noch irgendwas? Ne, ne, ne. Gleich erstmal das Upgrade hier vornehmen. Und dann schöne Null anfordern. Der Ares, der ist natürlich auch mega teuer. Ich halte nicht stand. Das gefällt mir. Jo, da kann ich erstmal schön investieren hier. Da baue ich das erstmal aus. Ich stehe mal ein Versäucher mit rüber. Ja, da ist so viel übergeblieben. Da passt. Keine Schmischung auf meine Produktion hier konzentrieren. Geil, gleich ist der Mule fertig. Traumhaft. So, Mule schnell anfordern. Das kann ich auch mit diesem Terazin-Gas hier machen. Ich weiß nicht, was. Ah, okay. Da startet jetzt die nächste wieder gleich. Gönne ich mir noch einen, oder nicht? Weiß noch nicht. Schwer wiegt meine Würde. Eigentlich reicht das ja so. Cool, ich kann auch noch einen Hetzer nehmen. Ich glaube, ich werde erstmal hier einen so ausbauen. Oh, cool. Oh, okay, kann ich da auch noch bauen. Als Komutas, das sollte ja auch easy sein. Wie werden die denn weggebrannt? Schön. Nächstes Upgrade. Nächste Runde schicke ich jetzt mal einen richtig fetten Klopper mit. Was gibt's denn hier? Für 630. Schön. Was haben wir denn hier? 260, das nächste Upgrade. Oh, Depots. Komm, die Hätten anfordern, um den Supply zu erhöhen. Noch klappt das nicht. So, jetzt habe ich den Supply erhöht und jetzt kann ich hier direkt wieder in Produktion gehen. Oh, jetzt gegen Hetzer. Das könnte schon knapp werden. Oder? Nö, sieht gut aus. Schön. Richtig steil. 400 irgendwas hier. Was haben wir denn denn irgendwas für 400? 150. Gab's nicht irgendwas, wo ich 30 fast gekriegt habe? 600, ne? So, warten wir mal ab. Da warten wir kurz. Hab ja schon über 500 gleich. Oh, das geht schnell. Oh, das geht schnell. Schönen Fettih mit Schicken. Oh, da gab's noch was teureres als ein Fettih. Ne. So, Fettih am Start. Ah, der macht bestimmt gut Schaden. Ja, 90. Ich werde die Dämonen der Vergangenheit vertreiben. Noch ein Sentry schnell. Noch ein Berserker dahin. Mein Leben für Ajo. Ho, ho, ho. Ja, die sind auch verdammt stark hier. Also hoffe ich ja mal, dass ich das schaffen werde. Das ist was wie so eine Bosswelle. Ah, schaffe ich mal gerade einen, ne? Jo, krass. Krasser Scheiß. Aber mit dem Gegner genau richtig gesendet. Da ist mich der Fettih auch noch. Jetzt muss ich aber erstmal unser Security-System ein bisschen upgraden. Weil da nur noch ein Muter ist. Und die Dinger gehen halt echt wirklich steil. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Jo. Noch einmal rausstürmen. Sprecht ihr? Ja, und? Sieg! Das erste Mal! Wuhu! Nice one! Ja, geil. Ja, so klappt es auf jeden Fall. Also das hat auf jeden Fall richtig Laune gemacht. Ah, ich bin glücklich. Und ich bin sogar auf Platz 3 mit meiner Strategie hier. Ach man, ist das herrlich. Schöner hätte es ja echt nicht laufen können. Ein, zweimal geleakt, aber das war alles noch im Rahmen. Haut rein. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Euer Agri. Bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, wieder einschalten. Tschau. Tschau.